Kommt zurück zu Zelda Minish Cap, wir sind hier im letzten Dungeon vor der großen Tür an den großen Schlüssel. Dachte ich zumindest. Hab ich doch. Alter, was will der? Hä, was ist jetzt los? Hä? Alter. Was geht denn hier schief? Ich hab doch den großen Schlüssel bekommen. Ja, warum lässt sich jetzt die Tür nicht öffnen? Was ist der Falsche? Hä? Ja. Was ist jetzt los? Nein! Ich glaube, ich kann nicht da rauszubeieben. Ja, es ist jetzt... Hä? Bist du scheiße, was ist denn hier los? Nein, da will ich gar nicht hin. Ja, scheiße, hä? Ja. Jetzt hat's... Hihihi, nicht schlecht, nicht schlecht. Ihr seid gekommen, um die Zeremonie zu stören. Doch ihr kommt zu spät. Nehmt die Glocke noch dreimal, Leute, dass die Zeremonie beendet. Und mit dem gränden Glockenschlag werde ich Erzdem- und Fahndi sein. Tja, und Zelda ist dann wirklich nur noch ein Stück Stein. Oje, wir haben keine Zeit, Link. Lass uns aufs Dach gehen. Ja, dann labber mich nicht zu. Boah, Mist. Ne, vergiss es, der Diggi vorbei. Hast du die Glocke gehört, Link? Nur noch zwei Schlänge, Beeilung. Ja. Hetzt mich jetzt nicht, Junge. Ich kann das überhaupt nicht abhaben. Okay, erstmal alles... Erstmal hier aufräumen und dann nach oben gehen. Und dann nach unten gehen, das Ding aufladen, nochmal. Ach, das war gemeint, mit dem wir auf Zeit, der Gechelle. Die Glocke hat schon wieder geleitet. Was sollen wir tun? Noch ein letzter Schlagen, es ist vorbei. Ja! Ja! Bist du geleitet, es ist ja mal übel. So übel hatte ich noch nie einen Fight. Einfach draufhauen. Wenn einer weg ist, dann ist es schon wieder leichter. Okay, ich setze mal ganz kurz den Savey. So. Wenn ich hier wenigstens wieder bin, wenn ich jetzt draufgehe... Äh... Das ist behindert hier. Ja, werde ich wenigstens danach geheilt, oder... Sagen wir einfach einer weg, Arschkarte, du bist jetzt gefickt. Mann, kann ich mal einer sterben? Hey, das ist echt übel. Ja, das war's. Eine Fee ist schon weg. Ne, ich lasse es in der Safe State. Das ist einfach zu großer Raum, weil wenn die jetzt normal ihre Laufattacke... Ja, ich kann das gegen 30, das ist sowas von unmöglich, ey. Ich probiere es mal ein bisschen mit Bomben. Ja. So kann man auch arbeiten. Aber so viele Bomben habe ich leider nicht. Okay, der erste ist weg. Okay, das wird die Bomben hätte mir früher einfallen müssen. Weil ich jetzt schon wieder richtig im Prädoyer bin. Aber der, der andere, der schwarze ist überhaupt nicht lang verwirrt. Ja, das war's drum von mir. Kriege ich wenigstens noch eine Heilung danach nach dem Kampf, oder muss ich wirklich dann so in den Fight gehen? Okay, mein letzter Fall Bomben. So, jetzt muss ich mir irgendwie das andere einfallen lassen. Das wird ein heftiger Kampf. Ja, super, noch ein Schlag abgekriegt. Ne, das leidig ist nochmal neu. Ah, der erste ist schon mal dauernd so. Ja, da lasse ich jetzt die Feen, mein Gott, scheiß doch drauf. Gehe ich jetzt zurück und hole mir eine neue. Gehe ich jetzt zurück. Ah, das hätte ich fast gehabt. Ah, Mann, das zieht wieder richtig ab, komm. Ah, okay, der ist tot. Ich hoffe, dass er seine Laufattacke hier einsetzt. Oh, endlich. Ja, das war... Oh nein, Link, die Glocke hat zum... Oh nein, Link, die Glocke hat zum dritten Mal geschlagen. Heißt das... Achso! Ja... Ja... Doku Jotaro, ja, super. Leck mich doch. Das ist doch... Ach, das ist beschissen. Ja, was soll ich jetzt machen? Ja, super. Lass mich jetzt mal hier auffallen. Okay, wisst ihr was? Ich mach das off-screen. Ich hab' gerade so für mich entschieden. Ich stell' mich jetzt noch vor die Tür und mach das Ganze off-screen. Genau, und wir sehen uns dann dort. Also, bis gleich. So, ich hab's. Das hat jetzt ewig gedauert. Scheiß drauf. So. Hm, wiegewinigen Augenblicken wäre die Therapie vom Reber gewesen. Aber ihr müsst mich erst... Okay, jetzt mach ich erst mal hier in Safe States. Aber ihr müsst mich erst ständig stören. Nun, das ist auch nicht weiter schlimm. Es war nicht sehr viel, aber ich habe genügend Force von Zelda erhalten. Nun kann ich zum mächtigsten Dämonen der Welt werden. Doch zunächst will ich mich um euch kümmern. Ha, 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 ha. Was? Ihr stört mich nicht mehr. Ich werde euch eine Kostprobe meiner dämonischen Macht geben. Jetzt wird's ernst. Fatty. Fordert zum Endkampf. Okay, erst mal ruhig. Erst mal das Schild ausklappen und checken, wie das funktioniert. Ah, die Augen. Moment, 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 kurz. Kurz ein kleines Aufnahmeproblem. Mist. Ah. Was war jetzt? Mist. Okay, jetzt kriege ich richtig aufs Maul. Ah, ich glaube, das muss ich zurückwerfen. Ja, okay, ich brauche eine Fee. Okay, beim Endboss eine Fee zu brauchen, ist, glaube ich, nicht so peinlich. Okay, jetzt wird er wahrscheinlich wieder so eine Kugel schießen. Ach, die kann man nicht. Ah, verflucht. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Kann ich jetzt irgendwie auf ihn lenken. Au, weh, zwick. Aber es ist immer irgendwas mit den Augen. Das ist so krass. Uuuuh. Ein Auge ist weg. Jetzt kommt wieder so eine Finsternis-Kugel. Okay, die ist schon etwas schneller. Aber das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Okay, das zweite Auge ist auch tot. Jetzt hat er vier Augen. Okay, noch eine Fee. Okay, am wenig habe ich ihn raus. Er ist gar nicht so schwer. Er ist davor, er ist halt so schwer. Okay, seine Kugel wird auch immer schneller. Boah. Ups. Okay, das nächste Auge ist down. Okay. Hau, hau bloß ab mit dem Ding. Das Ding ist halt so richtig böse. Aber das zieht halt richtig rein. Ah, Mist. Ja, ich blinke, genau. Oder beziehungsweise es piepst. Toll. Nein. War's das? Das war's. Okay, safe state. Ganz kurz was prüfen. Ja, passt. Ja, gib mir einen Kostprobe dann. Ja. 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 Nein. Okay, jetzt stelle ich mir wieder richtig blöd an. Okay, schon blieb ich nicht besser und ich habe noch zwei fehlen. Okay, zwei Augen tot. Okay, Vorsicht, jetzt kommt wieder seine Würde-Kugel. So. Hä? Ah, beamt sich wieder. Nur noch eins seiner Augen. Aber ich vermute, dass danach acht kommen. Okay, jetzt bin ich wesentlich schneller. Wenigstens schneller. Ja, so. So, und jetzt sind das. Äh, ist das behindert, irgendwie sowas? Äh. Mist. Muss ich jetzt irgendwie im Lichtfall arbeiten? Nee. Was machst du jetzt? Instant Transmission oder was? Ah, ich habe es. Ich glaube, ich weiß es. Nee, irgendwie nicht. Hey, wie verbunde ich denn den? Okay, Moment. Ruhig. Der Boomerang. Mist. Der mit seiner Teleportierungerei ist halt das Problem. Hm. Ah, mir ist doch eine Fee. Okay, meine letzte Fee. Kann ich irgendwie ihn angreifen? Ja, Mann. Haha. Nimm das. Okay. Das war's nicht. Ah, vielleicht. Tatsächlich. Ich kann die Dunkel-Energie einfach absorgen. Okay, zwei sind tot. Das ist mies. Aber noch lebt er. Oder? Ja. Ah, jetzt darf ich nicht draufgehen. Komm schon. Komm schon. Neein. Okay, auf ein neues. Das hat sich jetzt hier in Safe State. Oh, oh, nein. Oh, nein. Okay, jetzt vorsichtig auf die Kugel sein. Warte mal, kann ich die eigentlich auch absorgen? Oh. Ah, das war jetzt dumm halt. So mache ich... Oh, Mann. Hey, Dunkle. Deine dunkle Materie wird von einem Staubsauger weggesaugt. Tja, du bist zu schwach, Vati. Du kommst nicht mehr gegen einen Staubsauger an. Okay. Okay, das ging jetzt schneller. Einfach draufzwiebeln. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Ah, wird trotzdem slumpiert. Okay, ruhig. Mist. Mist. Okay, ich brauche nicht viel. Ja, es ist vollbracht. Vati ist tot. Gar nicht so schlecht. Ich habe dich unterschätzt. Gut. Was sagst du dazu? Ich habe noch mehr Kraft angesammelt. Meine Dämonenkraft kannst du mit dem winzigen Schwert nicht bezwingen. Ich glaube, ich brauche die Kraft der vier links. Was? Ach, Moment. Muss ich gleich einfach auf das Ding schießen? Äh, Moment. Ach, wisst ihr was? Ah, Moment. Ach, egal. Okay, ich mache jetzt hier Pause. Und zwar geht es dann... Jetzt bin ich fies. Und zwar geht es zum nächsten Mal weiter. Also bis zum nächsten Mal.